Willkommen im alten Griechenland und bei Assassin's Creed Odyssey. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Icarus ist gerade auf der Hand von Kassandra gelandet. Und bevor wir endlich weitermachen mit der Hauptquest, ja, wollte ich wahrscheinlich nur eine andere Nebenquest im Vorfeld machen, aber... Ich möchte noch was beim Inventar erledigen. Und zwar ist mir ja völlig entgangen, dass wir auch die Ausrüstung zerlegen können. Und zwar die Ausrüstung, die ich nicht brauche, werde ich jetzt auch mal zerlegen. Denn dadurch bekommen wir einfach mal ein paar Tierfälle zusammen. Wir bekommen, ja, andere Ressourcen einfach mal zusammen und die kann ich natürlich auch wieder verwenden, um mein episches Set dann aufzuwerten. Ich habe ja diese epischen Settelder aus dem Ubisoft Club mir geholt. Daher werde ich das jetzt erstmal hier alles zerlegen, was ich nicht brauche. Das zeige ich euch natürlich auch. Wie ihr natürlich seht, einige Sachen können wir, glaube ich, nicht zerlegen, oder? Ne, einige Sachen können wir irgendwie nicht zerlegen, warum auch immer. Aber was wir zerlegen können, das werde ich auch zerlegen. Rechts wird ja immer eingeblendet, wie viel wir an Ressourcen bekommen. Geht eigentlich, wie ich finde. Also Kleinvieh macht in der Hinsicht natürlich auch ein bisschen was aus. Das können wir auch nicht zerlegen. Das können wir hier wieder zerlegen. Ist ja doch einiges, was wir echt zerlegen können. Hätte ich nicht gedacht. Oh mein Gott, hätte ich schon mal viel, viel früher machen können. Ich mache das jetzt nur deswegen, weil ich mir mein episches Set, was mehr oder weniger auf Stufe 5 oder Stufe 8 ist, je nachdem welches Teil natürlich, dann demnächst gleich beim Schmied auch auf Stufe 10 erweitern werde. Weil das Epische, also hier dieses Liliane, ist natürlich besser als wie das Seltene, also diese blauen Sachen. Dauert natürlich einen kleinen Augenblick, bis wir das alles hier hinter uns gebracht haben. Hätte ich natürlich auch offline machen können, aber ich wollte euch das ja nicht vorenthalten. Vielleicht weiß der andere oder eine von euch noch nicht, dass man das natürlich auch zerlegen kann. Daher mache ich das einfach mal. Mal schauen. Okay, hier drüben haben wir jetzt alles. Können wir auch noch Waffen zerlegen? Ich hoffe ja. Und ja, ist auch so. Und dadurch kriegen wir natürlich auch noch ein paar Ressourcen. Ich werde jetzt nicht alles zerlegen, das dauert einfach zu lange, kotzt mich auch gerade ein bisschen an. Aber ein paar Dinger werde ich auf jeden Fall noch zerlegen. Und den Rest kann man denn ja auch noch beim Schmied verkaufen. Wie ihr seht, ich habe natürlich eine ganze Menge zusammenbekommen in den letzten Folgen, also weil ich ja auch noch gar nichts verkauft habe. Ich habe immer alles aufgesammelt. Ich habe alle Nebenquesten nebenher gemacht, sofern das natürlich auch möglich war. Die einfachen Sachen, ja, die bringen keine Fälle, oder? Ne, die bringen nur Holz- und Eisenbrocken. Naja, gut. Immerhin, ja. Das kann ich nicht zerlegen, das auch nicht. Das kann ich hier wieder zerlegen. Gut, das sollte erstmal reichen. Und bevor es, wie gesagt, jetzt mit der Hauptgeschichte weitergeht, ich habe ja da oben links im Questmarker die letzte Anstrengung, melde dich bei Stentor. Das ist ja das, was wir noch abgeben können, aber bevor ich dahin gehe, muss ich nochmal nach hier vorne. Denn hier vorne befindet sich noch eine weitere kleine Nebenquest, und die würde ich ganz gerne annehmen. Oh, die Dame kennen wir doch. Sollte ich das jetzt antworten? Ich habe ganz vergessen, wie schön du bist. Also baut sich dann zwischen den beiden eine Beziehung auf? Ah, na gut, ich wähle erstmal das hier. Kein Wunder, dass du verstimmt bist. Du würdest gern die Welt erkunden, stattdessen sitzt du hier fest. Endlich versteht das jemand. Wenn es dir nicht gefällt, tu etwas dagegen. Nicht bevor es meinem Vater besser geht. Ich muss ein paar Dinge für ihn besorgen. Vielleicht kannst du mir helfen? Natürlich können wir das. Keine Sorge, ich helfe gern. Was brauchst du denn? Ein paar Kräuter aus dem Tal von König Lelex. Außerdem eine Mixtur vom Markt, um sie mit den Kräutern zu vermengen. Ein Händler dort hält sie für mich bereit. Ist dein Vater wirklich so krank, dass du es nicht selbst holen kannst? Ich bin sein einziges Kind. Ich bleibe lieber in der Nähe, falls es ihm schlechter geht. Okay, naja gut, dann hol mal die Kräuter da. Bleib bei deinem Vater. Ich besorge die Kräuter und die Mixtur. Neue Quest, eine schwere Zeit für die Familie. Muss ich mir natürlich auch mal wieder beim Questmarker markieren. Geht ja nicht anders. Ist natürlich schade, dass es nicht immer gleich so übernommen wird. Aber wir haben ja natürlich auch die eine ausgegewählte Quest hier. Die letzte Anstrengung, das ist die Haupt-Quest. Ich nehme jetzt erstmal die an. Finde und sammle Arzneikräuter. Die Arzneikräuter sind in Megaris im Tal von König Lelex. Sie sind südlich des Schmieds. Sie sind in der Nähe der persischen Triere. Okay, alles klar. Icarus, haben wir hier noch was Tolles? Können wir hier noch irgendwas entdecken? Mal schauen, was der Adler sagt. Wahrscheinlich gar nichts, oder? Oder doch? Ah, na, schau mal einer an. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Das ist irgendwo unterirdisch, aber wie komme ich da rein? Wahrscheinlich befindet sich hier irgendwo ein unterirdischer Zugang. Würde ich jetzt mal drauf tippen. Mal schauen. Ja gut, ehe ich mir jetzt hier einen Wolf suche. Ich pfeife mal schnell mein Pferdchen ran und dann geht's ab zur Haupt-Quest. Achso, ich muss ja nach da vorne. Und wenn wir gleich durch die Stadt kommen, dann kann ich auch noch zum Schmied. Irgendwo befindet sich hier vorne was. Genau, da befindet sich schon mal was. Was auch immer. Da ist eine Schatztruhe direkt beim Schmied. Na, das passt doch. Unter anderem darf ich natürlich nicht vergessen, beim Tempel oder beim Grab von Al-Kartus, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, noch diesen Aussichtspunkt da zu benutzen, denn dadurch sehen wir natürlich auch ein bisschen mehr von der ganzen Umgebung. Können wir ja gleich mal machen, bevor wir da zu der Quest gehen. Erstmal hier die Truhe plündern. Wahrscheinlich sieht das wieder irgendwer und ruft dann einen Kopfgeldjäger. Aber gut, den Kopfgeldjäger, den kann ich mich ja mittlerweile auch stellen. Da hab ich auch keine Angst mehr vor. Das ist ja immer ganz spaßig mit denen. Aha, aha, okay. Naja gut, Entschuldigung. Erstmal zum Schmied. Und dann verbessern wir erstmal das ganze epische Zeug. Also, mal angefangen. Wo ist das hier? Das ist der Bogen. Ja gut, ähm, der Bogen hin oder her. Ich werd auf jeden Fall erstmal das hier. Oh, kann ich nicht verbessern. Kostet 155 Fell. Echt jetzt? Scheiße. Das kostet 110. Oh. Aber gut, ähm, Handschuh brauch ich, glaub ich, nicht verbessern, denn da hab ich ja, wie gesagt, dieses legendäre Zeug. Oh, das kostet auch so viel Fail. Das kann ich gar nicht machen. Das kann ich auch nicht machen. Kann ich überhaupt was machen? Na gut, die Stiefel gar nicht verbessern. Aber hab ich nicht schon 10er Stiefel? Ich muss nochmal gucken, was hab ich denn überhaupt an? Ich hab mich so gefreut, dass ich das jetzt endlich verbessern kann und hab das ganze Zeug zerlegt und es reicht immer noch nicht. Ja, 10er Stiefel hab ich. Scheiße, ich kann nichts verbessern. Ah, schade. Echt schade. Was würde das bringen, wenn ich da runtergehe auf das wieder? Ah, das würde 38 kosten. Scheiße. Wie viel verliere ich hier durch? 44. Verdammt. Na gut, dann können wir das leider noch nicht machen. Wir müssen einfach ein paar Fälle sammeln. Anders geht's nicht. Echt schade. Aber ihr seht ja jetzt selber, wie viel Fell man doch im Endeffekt braucht. Also jedenfalls für die epischen Sachen. Und die epischen Sachen scheinen echt gut zu sein. Also wenn wir für die epischen Sachen schon so viele Fälle brauchen, würde ich gar nicht wissen, wie viele Fälle wir für die legendären Sachen brauchen. Also muss ich mal demnächst echt auf die Jagd gehen. Was ist das hier? Du da. Du bist eine gute Seele. Deine Seele scheint auch gut zu sein. Ich bin dankbar und demütig, Fremde. Verrate mir, wie nennt man dich? Ich bin Kassandra. Und du? Nur ein einfacher Bettler. Ich kam aus Persien, um die Schönheit der griechischen Welt zu sehen. Ich kann vieles tun, Perser, aber kein Augenlicht schenken. Das würde ich auch nicht wollen. Meine Blindheit ist eine Bürde, die die Götter mir auferlegten. Und ich trage sie. Was dann? Sei meine Augen. Als ich jung war, erzählte mir ein Athener die schönsten Geschichten über dein Land. Ich würde sie gerne noch einmal hören. Würdest du dir die Orte ansehen, die ich nicht sehen konnte, und dann zurückkehren, um mir von deinen Abenteuern zu erzählen? Das werde ich auf jeden Fall machen, weil ich glaube nämlich, dass dies hier eine Spezialquest ist. Und diese Quest habe ich ja bekommen, weil ich das Spiel vorbestellt habe. Ich habe ja die Ultimate-Edition und ich glaube, das ist die Quest mit dem blinden König. Ich bin keine gute Geschichtenerzählerin, aber ich werde für dich sehen. Ich wusste, ich habe Güte in dir gespürt. Du hast diesen alten Perser glücklich gemacht. Danke mir noch nicht. Welche Orte hattest du denn im Sinn? Ah, meine Lieblingsgeschichten waren die von Agro-Korinth, dem Staat von Zeus und Athena, dem Sitz des gepanzerten Vogels in Arkadien und natürlich das mysteriöse Taigethos-Gebirge. Okay. Ich hoffe, dass wir das auch finden. Ich werde mal noch nach dem Gebirge etwas näher nachfragen. Vielleicht wird das ja dann auf der Karte markiert. Du hast Taigethos-Gebirge gesagt, oder? Es klingt, als würdest du den Ort kennen. Ich hörte von seinem Appetit. Es heißt, der Berg ernähre sich vom Leid der Spartaner. Deshalb bringen die Leute dort den Berggott ihre eigenen Kinder als Opfer dar. Das ist... Das ist so nicht ganz richtig. Naja gut, mal schauen, ob sich das dann auf der Karte irgendwie zeigen lässt. Muss ich mal sehen. Ich werde Geschichten für dich finden. Sobald du einen Ort gesehen hast, komm bitte zurück. Dieser Papyrus ist so alt. Könnte Timistocles das geschrieben haben? Okay. Mal gucken. Ich glaube, wir haben sogar schon einen Ort dieser Quest synchronisiert. Irgendwo stand da was? Genau. Einen haben wir schon mal synchronisiert. Mal schauen, was er sagt, wenn wir ihn jetzt darauf ansprechen. Ich erkenne deine Schritte. Willkommen zurück. Ja, okay. Wir waren schon bei dem einen Ort. Ich werde Geschichten für dich finden. Sobald du einen Ort gesehen hast, komm bitte zurück. Alles klar. Das machen wir natürlich auch demnächst. Also, wenn wir diese Orte natürlich nach und nach irgendwie aufdecken. Hier können wir uns aber erst mal synchronisieren. Habe ich euch ja schon mal gesagt. Finde ich natürlich ein geiles Feature, wie Icarus jetzt hier so oben rumfliegt. Das war vorher noch nicht so. Es war immer nur so, dass die Kamera, glaube ich, sonst in Origins einfach sich so gedreht hatte. Der Adler war, glaube ich, nicht da. Schnellreise freigeschaltet. Icarus Wahrnehmung erweitert. Okay. Das ist natürlich toll. Wir haben da unten jetzt noch eine Questtafel. Wir haben da noch eine Schatztruhe. Und die werde ich mir natürlich auch holen. Ach so, ja. Stimmt, habe ich total vergessen. Wir können ja noch diesen Adlersprung machen. Rein in den Blumenhaufen. Oder Blätterhaufen. Entschuldigung. So, da haben wir noch eine Truhe. Wir nehmen hier erstmal alles mit. Ja, ich habe euch bestohlen. Tut mir leid, aber... Nein, ich wollte nicht mit denen reden. Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh. Oh. Sag es deinen Freunden, deiner Familie. Die besten Waren, die man kaufen kann. Sogar Söldner wie du werden bei mir fündig. Odessa schickt mich. Na, natürlich. Die Süße. Ich wünschte, sie würde selbst kommen. Das ist für ihren Vater, nehme ich an. Gib mir das Geld und du kannst dich auf den Weg machen. Okay, ich zahle 50. Odessa sagte, sie bezahlt die später. Gib es mir oder lebt mit den Konsequenzen. Ja, gut. 50 Drachmen. Komm, die haue ich auch noch raus. Die haue ich auch noch über. Hier, nimm es. Schnelle Geschäfte sind die besten. Ich hoffe, es hilft, Odessa. Na, warten wir es mal ab. Was denn nu? Ach so. Jetzt sind die hier gegen mich. So, möchte ja noch jemand kämpfen? Wahrscheinlich nicht, oder? Das sind doch hier nur Zivilisten. Warum greifen die mich an? Ja, Kassandra, geiler Move. Der war zwar schon vor zwei Schlägen tot, aber gut. Man will ja immer auf Nummer sicher gehen. So, wir fallen uns erstmal vor Boss ran. und dann geht's auch zur Quest. Diese Kräuter für Odessa sammeln. Leute, platz da, ich muss hier durch. Oh, was geht denn da vorne ab? Oh, da muss ich doch mal einschreiten. Ich stelle mich ja gerne in meinem Kampf. Naja, klopf du mal weiter auf dein Schild und spring daneben. Keine Ahnung, warum die sich hier gekloppt haben, aber... Was, du bist in der Nähe des Seals, drücke? Ja, mach ich gleich. Jawohl, wir haben wieder ein bisschen Leder bekommen. Das sind die Kräuter, die Odessa braucht. Auf jeden Fall. Ich muss mal mit Icarus ein Stückchen höher steigen, denn da vorne gibt es noch irgendwas. Okay, das sind auf jeden Fall ein paar Tiere. Das ist ein Wolf gewesen. Ich muss unbedingt Wölfe erledigen. Ich brauche sowas von viel Leder noch. Kopfgeldjäger ist am Start. Okay, der hat mich noch nicht gesehen. Scheiße. Oh, warte mal. Für dich habe ich noch meine Brandklinge. Das zeigt rein, wa? Ophelia, die Verwüsterin, die hätten wir jetzt besiegt und ich werde gleich erscheint wieder ein neuer Söldner und so ist es auch. So, wir töten jetzt erstmal hier den Wolf. Das mache ich nicht aus Spaß, Leute, das mache ich alles zum Wohl meiner Ausrüstung. Und wo zum Geier sind hier die Kräuter? Ach, hier vorne. so, diese Kräuter haben wir schon mal. Aber ich werde noch darüber gehen. Da drüben ist nämlich noch so eine Kriegsbeute und ich kann da glaube ich auch noch einen Wolf töten. wenn ich den Wolf finde. Ich möchte sagen, hier war einer. Na, wo ist er denn? Okay, hier sind ein paar Soldaten. Na gut, die machen wir ja nebenbei. Aber wo zum Geier ist jetzt hier der Wolf? Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Jo, wahrscheinlich. Den einen machen wir mal daneben. Run einfach so fertig. Oh, oh, ausweichen. Boah, ich hasse diese Jungs mit Schildern. Na, wartet mal. So, ihr brennt erst mal. Hat er sich gerade geheilt? Ist ja heftig. Ah, du kleiner, hässlicher Bogenschütze. Warte mal. so, hier haben wir diese eine Truhe. Gut, das war's hier, glaube ich. Mehr gibt es hier nicht. Außer diese Ziege da. und den Wolf. Oha. Das ist ja toll. Ein so Tier bringt immer sechsmal Leder. Oh, was war denn das? War das so ein Alphatier? Ach so, nee, Icarus hat das Tier getötet. Ach so. Na, das ist ja toll. Das ist hier auch übrigens in dem Teil neu, dass unser Adleichin auch unsere Gegner ein bisschen mehr oder weniger angreift. haben wir hier noch irgendwelche Tiere in der Nähe? Wahrscheinlich nicht. Nee, haben wir nicht. Ja gut, die Ziegen, die bringen immer bis zwei Leder. Also, ich würde ganz gerne hier gegen etliche Wölfe kämpfen. Also, wenn ich unterwegs irgendwo dann mal Wölfe treffen sollte, dann muss ich die unbedingt erledigen. Weil, wenn ein Wolf sechsmal Leder bringt, dann ist das schon Hardcore. Und ich brauche ordentlich Leder. Also, mein episches Set würde ich ganz gerne aufwerten. So, mein Pferdchen, dann komm mal. und rennen wir nicht weg. Wir müssen ja zu Odessa. Das Kopfgeld werde ich jetzt natürlich nicht bezahlen, also ich stelle mich eher lieber diesen Kopfgeldjäger an, zudem droppen die auch geile Ausrüstung. Und es gibt auch Kopfgeldjäger oder Befehlshaber, hatte ich auch schon gesehen gehabt. Die haben so einen goldenen Helm über dem Kopf und ich glaube, von dem kriegen wir sogar legendäre Ausrüstung. Wo ist das hier? Odessa, hilfst du mir? Das war gut. Aber warum werden wir jetzt hier angegriffen? Na, warte mal, jetzt komme ich immer mit Feuer. Nein, das schmeckte gar nicht, wa? Odessa, warte ich, hilf dir. Odessa hat ihnen wohl Probleme bereitet und sie wollen das Anwesen ihres Vaters. Sind die Kräuter und die Mixtur in Ordnung? Du hast sie doch geholt, oder? Warum hast du dir Sorgen? Wir wurden gerade angegriffen. Daran solltest du dich längst gewöhnt haben. In diesem Land wimmelt es von Banditen. Was stand in dem Brief, den du gelesen hast? Dass sie es auf dich abgesehen hatten. Nur dich, nicht mich. Das kann ich nicht glauben. Es geht wohl um das Land deines Vaters. Wahrscheinlich wollen sie, dass ihr beide sterbt, damit sie es bekommen. Ich könnte tot sein, ohne mir einen Namen gemacht zu haben. Dann wäre mein Leben nutzlos gewesen. Niemand darf diesem Gesicht etwas antun. Ohne Schmerz, kein Ruhm. Ich muss mir jetzt gründlich überlegen, was ich antworte. Warum wie verbleiben wie verbleiben dann? Mit einer neuen Aufgabe. Glaub, was du willst, aber ich kann die Wahrheit beweisen. Ich brauche nur deine Hilfe. Das überrascht mich nicht. Ich lasse dich wissen, ob du sie bekommst. Also, ich habe die jetzt ganz unwillkürlich angebaggert. Also, ich wollte das nicht. Aber gut, ich habe es getan. Ich bin schuldig. Verdammt. Kopfgeldjäger, jawohl. Hallihallo. Oh nein, mit einem Schild, ey. Also, muss ich erstmal verbrennen. Ja, also, erstmal so und so und so und so und so. Nö, hier hilft dir keiner. Oh, da rennt ein Schwein. Ne, da rennt eine ganze Schweinefamilie. Du brauchst dir gar nicht mit einem Feuerbogen auf mich schießen und mich schubsen. Was soll denn das? Ich kann ihn auch noch vergiften, Mädchen. Pass mal auf. Oh, mein Gott, scheiße. Okay, das war heftig. Das war richtig heftig. Das mag sie dann doch nicht. Oh, mein Gott. Hab ich jetzt Brandschaden genommen? Na klar, naja, seltener wurde wieder entdeckt. oh, mein Gott. Scheiße. Kämpfen die gegeneinander oder kämpfen die nur gegen mich? Ah, ich glaube, die kämpfen nur gegen mich. Aber ich würde ganz gerne erstmal einen fertig machen. Oh, die hat ja eine Range. so, erstmal das Tenor looten, sieben Leder nehmen wir immer gerne mit. Und oh mein Gott. Warum hört das nie auf mit den Söldnern? Okay, die ist erstmal Geschichte und die hat auch noch was episches. Oha. So, Feuer rein, hochheilen, ausweichen und ein bisschen fertig machen. Ja. Na komm. Jawoll, die hat noch epische Armschienen. Oh mein Gott, aber gut, ich habe ja legendäre. Ah, warum sind die Söldner mit diesen Sperren immer nur so lästig und was soll denn das, ey? Ich bin doch gerade ausgewichen. Ah ja, mach du mal dein Ding hier. Irgendwie haut das nicht immer hin, also, wenn die die denn direkt in ihrem Modus drin sind und so rot aufleuchten, dann ist es natürlich ein bisschen unpässlich, die zu treffen. Weil Söldner besiegt. Ja gut, es reißt nicht ab, ja. Um nochmal drauf zurückzukommen, ich wollte Odessa nicht anbaggern, Kassandra geht ja richtig ran, ich wollte einfach nur nett antworten. Aber gut, wenn die beiden dann wahrscheinlich irgendwann doch eine Beziehung führen könnten, dann läuft das wohl darauf hinaus. Na gut, egal. So, schauen wir erstmal, also wir haben ja die legendären Armschienen, wir haben jetzt hier auch die epischen, das sind natürlich Achter, aber die nehme ich nicht rein, weil ich ja die habe. Das kann ich nicht reinnehmen, weil das vom Level her unter dem Level ist, was ich habe. Und hier, ja gut, da kann ich noch nicht so wirklich viel machen, aber ich mache auf jeden Fall jetzt noch eine weitere Quest mit Odessa. Da ist schon wieder so eine Antwort, Odysseus war ein berüchtigter Liebhaber und das werde ich jetzt nicht antworten. Ich werde das hier nehmen. Ja, das machen wir lieben gerne. Neue Quest, die wahre Geschichte. Ja, das machen wir ja, Kassandra, aber ich frage mich gerade, was zum Geil ist das? Ist das hier ein Ofen? Da ist irgendwas drin. Findet Icarus hier noch irgendwas? Ah, ja. Und was haben wir hier vorne? Ach, da ist ja toll. Ein weiteres Lager. Ein Hirsch rennt da auch noch rum. Ich glaube, der Hirsch, der gibt viel Leder. Ich bin jetzt hier so was von auf der Jagd. Jedes Tier muss ich jetzt hier fertig machen. Da rennt der Hirsch. Bleibt er stehen? Jawohl, wir haben ihn erlegt. aber der Hirsch, der weiß immer was. Die rennen schon viel, viel früher weg als andere. Zwei Leder, oh, gut, okay. Also, wir müssen definitiv Wölfe fertig machen. Da führt kein Weg dran vorbei. Hallo, Jungs, was geht hier so ab bei euch? Na ja, das wird nicht ganz so einfach, Sandra. Ach komm, einen können wir fertig machen. Und zwar den mit dem Schild. Das war eine gute Wahl. Hallöchen, Jungs. So, die sind erstmal Geschichte. Die anderen haben es irgendwie noch gar nicht mitbekommen. Kann das sein? Die scheint, dass sie gar nicht so interessiert. Der Typ guckt einfach nur. Was war denn das gerade? Warum haben die nichts gemacht? Wundert mich gerade ein bisschen. Echt kurios. Aber ich glaube, diese Kriegsvorräte, die brauchen wir jetzt gar nicht mehr so zerstören, denn wir haben ja schon den Status, wie gesagt, genug geschwächt. Oh mein Gott. Das ist natürlich ein größeres Lager, der Athena. Da muss ich doch gleich mal vorbeischauen und hallo sagen. Vielleicht kenne ich ja da welche, die ich lange nicht gesehen habe. Okay, da gibt es einen neuner Hauptmann. Ja, und wie ich vorhin bereits schon mal erwähnt hatte, es gibt natürlich auch Befehlshaber, die haben einen goldenen Kopf und diese droppen natürlich, glaube ich, auch legendäre Ausrüstung. Ich hatte am Anfang, wo wir an dem Strand angefangen hatten, da hatte ich schon mal einen Vorbeirennen sehen. Da war ich aber Level 8. Der hatte Level 11, also kann ich den, so ohne weiteres, konnte ich den, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt nicht fertig machen. Aber das sieht ja mit meiner derzeitigen Ausrüstung schon wieder ganz anders aus. Genau, hier können wir nochmal einen Ort abschließen, Kriegsvorräte verbrennen und alles sowas. machen wir doch ganz gerne. Erstmal verschaffe ich mir von hier oben einen weiteren Überblick. So sehe ich einfach mal mehr. Und dann kann ich mir die Jungs nach und nach zurecht legen. Oh ne, oder? Haben sie mich jetzt wieder gesehen? Oh, verdammt. Also mit Anschleichen habe ich es wirklich nicht. Oh, Jungs, wartet mal. Für euch nehme ich dann doch mal Feuer, ja? So, ein bisschen Brandschaden. Das haut rein, wa? Ach, der Hauptmann ist ein Bogenschütze. Ja, und der rennt mal wieder weg, ne? Das, was Bogenschützen halt so machen. Ja, Kollege, aber hier kannst du nicht mehr wegrennen. Du brauchst dich ja gar nicht hinter dem Zelt verstecken. So, was müssen wir jetzt hier machen? Wir müssen die Kriegsbräute, äh, die Kriegsbräute mal wieder verbrennen. Schweres Wort. Oh, verdammt, jetzt brenne ich auch wieder. Ja, ich weiß. Ich weiß ja, ich, ach man, ey, was ist denn los heute? Ich weich ja schon aus. Dann können wir hier irgendwo noch einen Schatz plündern und natürlich auch den Gefangenen wieder befreien. Oh, verdammt. Ja gut, das wollte ich nicht. Ich hab aus Versehen L3 gedrückt. So, mal schauen, was finden wir denn jetzt hier noch Tolles? Vielleicht ein paar Tiere? Hm, wahrscheinlich nicht. Ich weiß immer noch nicht, was das da sein soll. Ich weiß nicht, wie ich das anzünden soll. Na gut, ist ja auch egal. Wir markieren uns jetzt erstmal noch diese eine Quest, die wir da bekommen hatten, von Odessa. Gibt anscheinend eine Menge Erfahrungspunkte. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen nach da vorne, okay? Warum sind hier keine Wölfe? Das ist ein bisschen schade. Sonst, wenn ich hier immer rumgelaufen bin, waren hier unzählige Wölfe. Und hier im Wald sind auch keine. Ist natürlich ein bisschen schade. Ja gut, egal. Reiten wir erstmal durch die Stadt wieder durch und durch das andere Tor da hinten raus, wenn das so möglich ist. Mal schauen. Oh, Entschuldigung. Ich wollte dem Hund jetzt natürlich nicht wehtun, ja, aber er war da irgendwie halt im Weg. Haus des Anführers, okay. Hier scheinbar richtig zu sein. Befehlshaber ausschalten, Kriegsvorräte, verbrennen, Ostrakon, Rätsel und, äh, was war das andere? Achso, Schätze plündern. Okay. Ja, dann machen wir das. 27 Leder, Halleluja. So, das waren die ersten Kriegsvorräte. Also wenn es an Kriegsvorräten immer Leder gibt, dann gehe ich da jetzt vorher immer ran. Das ist ja geil. 27 Leder. Das ist echt heftig. Oh, das hat weh getan. Achso, ich sollte mal mit Icarus erstmal gucken, wo hier alles sich so befindet, ja? Okay. Da ist ein Befehlshaber, da ist ein Schatz, nur mal Kriegsvorräte. Ein paar Leute streuen hier auch noch rum. Ich glaube, da hinten ist auch wieder ein Kopfgeldjäger. Da oben ist das Ostrakon-Rätsel. Also die Schriftrolle, das Papyrostück dazu. Ich glaube, das war's jetzt. Hier schon mal nichts. Sind die Jungs schon in Alarmbereitschaft? Das sieht so aus, ja? So, mal gucken, ob es jetzt hier wieder so viel Leder gibt. Tatsache. Tatsache. Okay, den haben wir schon mal ausgeschalten. Und der hier vorne weiß noch gar nichts von seinem Glück. Scheiße verdammt, hätte ich das vorher gewusst mit diesen Kriegsvorräten, dass ich die einfach mal noch untersuchen kann? Dann hätte ich jetzt, weiß ich, wie viel Leder schon zusammen, dann hätte ich das schon mit der Ausrüstung. Na gut, den Jungen können wir hier ordentlich beklauen. Da kennen wir nichts. Kassandra, die Rabin ist wieder unterwegs. Mensch, hier ist ja eine ganze Menge. Wir können das Kopfgeld einfach mal steigern, würde ich sagen. Können wir ruhig mal machen. Echt krass, so viel Leder. Ich werde darüber nicht fertig. Habe ich einfach nicht bewusst. Wie lange er da schon liegt, das kann ich dir gleich sagen, denn du liegst da jetzt auch. Er liegt da schon eine Weile. So, jetzt hast du deine Antwort. So, es gibt hier noch einen Schatz und diese Tafel mit dem Ostragon. Wir können natürlich auch noch nach Beweisen suchen, müssen wir wahrscheinlich auch. Der Anführer von Megaris hat eine Hochzeit für Odessa arrangiert. Klingt nach einem Plan an das Anwesen des Vaters zu kommen. Ja, finde ich auch, so ein arrangiertes Ding. Neuer Söldner entdeckt. In diesem Brief steht, dass Odessa noch andere Söldner angeheuert hat. Ich frage mich, wozu? Odessa hat Söldner angeheuert? Das ist wiederum interessant. Was geht ab, mein Freund? Du bist ja nur ein Level 10er. Na, verdammt. Jetzt hat er noch keinen Brandschaden bekommen. Jetzt kann ich ihm erst einen Brandschaden geben und den hat er jetzt auch. Na gut, das ist ein Level 10er, ja? Der hat schon ein bisschen mehr auf der Pfanne. Aber auch den kriege ich klein. Oh, blöde Situation gerade gewesen. Oh, verdammt. Na los, komm her. Mach jetzt hier mal was. Okay, aber das sollst du nicht machen. Das war nicht nett. Das war überhaupt nicht nett. Dafür muss ich dich hauen. Söldner besiegt. Okay. Ist ja toll. Und weil's so schön war, gleich der nächste. Okay, wieder die Jungs mit ihren Speeren. Oh, verdammt. Kassandra. Oh, ja genau. 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 Na los, komm. Mach mal was. Irgendwas Tolles. Der Flammenhaarige ist auch ein geiler Name. Aber das waren natürlich noch nicht alle Hinweise. Hier muss es noch mehr geben. Und auf jeden Fall ist jetzt da drüben diese eine Schriftrolle. Und genau, hier in diesem Haus befinden sich weitere Hinweise. Ach so, das ist eine Etage unter mir. Oh, dann müssen wir runter. Und dann müssen wir irgendwie wieder eine Etage nach oben. Ich weiß nur noch nicht, wie. Hat das Haus überhaupt so eine Zwischenetage? Ach so, das liegt hier auf dem Balkon. Na gut, erstmal mach ich den einen Typen hier, klar. Hallo erstmal. Ich muss hier mal durch. So, hier haben wir die Schatztruhe. Hier haben wir einen weiteren Hinweis. Und Stufenaufstieg. Level 11. Einfähigkeitspunkt erhalten. Neue Gravur freigeschaltet. Schaden und Gesundheit verbessert. Ganz tolle Nummer. Ja, ein Verehrer starb auf mysteriöse Weise. Und dass sie es unbedingt haben wollen. Mit allen nötigen Mitteln. Ist ja interessant. Also meine erste Vermutung war vorhin auch, wo Cassandra das gesagt hatte, dass Odessa seltener angeheuert hatte. Dass sie die angeheuert hatte, um uns zu finden. Aber nein. Ich glaube, ich habe fürs Erste genug. Ich sollte zurück zu Odessa. Ja, das machen wir jetzt auch. Aber nein, dem war glaube ich nicht so. So, mal schauen. Wir sind ja Stufe 11. Was habe ich denn jetzt hier überhaupt bei Fähigkeiten? Das kann ich noch nicht verbessern. Kann ich die Heilung schon verbessern? Ne. Kommen wir in der Geschichte voran. Gift kann ich auch noch nicht verbessern. Also warte ich erst mal. Mal schnell das Pferdchen rufen. Aber ich muss mal vorhin noch mal kurz mit Igaros gucken. Haben wir jetzt hier wirklich alles mitgenommen? Sieht ganz gut aus. Ja, dann ging es ja doch relativ schnell mit dem Stufenaufstieg. Also dadurch, dass immer noch so diese Kopfgeldjäger kamen und wir dann diese Quest noch abschließen konnten, ging das eigentlich relativ schnell. Ja, da vorne sind noch ein paar Wölfe. Oder sind das Hunde? Nein, das sind Wölfe. Da muss ich hin. Ganz ruhig her, komm. Ich brauche ein bisschen Leder. Aber das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Hier war doch noch ein zweiter Wolf. Oder etwa nicht? Klar, hier war doch noch ein zweiter Wolf. Habt ihr doch gerade zwei gesehen? Oder hat der ein Tier getötet? Kann natürlich auch sein. Gut, dann nehmen wir noch die Ziege mit. Ist mir ehrlich gesagt immer noch zu wenig Leder. Ja, aber vielleicht wird sich das noch aufklären. Und vielleicht sogar auch jetzt. Lass uns erst noch Spaß haben. Ist zwar sehr verlockend, aber nee, mache ich jetzt nicht. Also ich werde da nicht drüber fertig. Das kann doch nicht sein, dass ich so rumbaggern kann hier. Ich weiß noch nicht, ob sie gut sind oder nicht. Ich habe zwei Beweise dafür gefunden, dass sie hinter dir her sind. Gut. Und warum sind sie es? Einmal wegen des Vermögens deiner Familie und einmal wegen einer arrangierten Ehe. Das reicht, um zu beweisen, dass ich das Opfer bin. Nach allem, was ich fand, weiß ich jetzt, was hier vor sich geht. Und das wäre? Du trägst keine Schuld an all dem. Du willst nur dein eigenes Leben leben. Natürlich will ich das. Ich habe nichts Falsches getan. Ich will nur einen gesunden Vater und endlich meine Reise beginnen. Lass uns erst die Laken erkunden. Das kann nicht wahr sein. Also... Ich sage euch ganz ehrlich, es juckt mir wirklich in den Finger. Und ich werde das jetzt auch antworten. Wahrscheinlich würde ich nicht darauf eingehen. Aber ich möchte es einfach mal ausprobieren. Du kannst anfangen, nachdem wir unseren Spaß hatten. Deine Versuche schmeicheln mir. Sag mir, womit willst du mich diesmal in Verzügung versetzen? Wir haben eine Trophäe erhalten. Aphrodites Umarmung. Okay, also baggern lohnt sich auch in Sachen Trophäen. Aha, gut zu wissen. Zieh mich aus und ich finde es heraus echt jetzt. Ja, mache ich jetzt einfach mal. Wenn du mich ausziehst, findest du es heraus. Das kriege ich hin. Okay, ich habe es dann doch hinbekommen. Die beiden haben jetzt ein bisschen Spaß. Naja, muss ja auch mal sein. Warum soll Cassandra nicht einfach mal ein bisschen Ablenkung bekommen, ja? Genau, jetzt kann ich sie zu meiner Mannschaft anheuern. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Es muss trotzdem kein Abschied sein. Komm mit auf mein Schiff. Hm, du wärst immer an meiner Seite. Und es wäre schön, von hier wegzukommen. Schön? Was ist mit deinem Vater? Dank deiner Hilfe fühlt er sich schon sehr viel besser. Und du hast keine Angst, dass ihn jemand angreift? Ich werde ein paar Leuten erzählen, was du herausgefunden hast. Solange wir die Beweise haben, ist er sicher. Ich freue mich, dich an Bord zu begrüßen. Odessas Bogen. Neues Besatzungsmitglied erhalten. Odessa. Das ist ja toll. Quest abgeschlossen. Die wahre Geschichte. Fast 4000 Erfahrungspunkte. Das ist ja geil. Und endlich haben wir Odessa auch als Crewmitglied dazu bekommen. Ich hatte ja im Vorfeld der Geschichte schon mal gehofft, dass wir das irgendwie in Angriff nehmen können. Und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Und die beiden können natürlich auch noch ab und an ihren Spaß haben. Also hat jeder was von. Naja gut, wir nehmen auch sein. Dann würde ich erstmal sagen, wir machen ein Ende an dieser Stelle zu dieser Folge. Und wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert es, bewertet es. Lasst mir vielleicht ein Abo da, um keine weiteren neuen, lustigen und spannenden Folgen zu verpassen. Oder auch auf jeden Fall keine neuen Serien, die demnächst dann erscheinen werden. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, sage Tschüss, Bye Bye und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Let's play Assassin's Creed Odyssey.